Ein paar miteinander vernetzte Rechenmaschinen wurden aufgemotzt, auf dass sie eines Tages das Netz werden würden, um uns alle zu vernetzen. Auf dieser Plattform hat niemand jemals für irgendwas bezahlt. Ich dachte, hier wäre alles erlaubt, so gar kein Geld zu haben. Am Anfang hatte ein angstgesteuertes Mitglied, der Corpio, die anderen beiden aufgefordert, ihm alles über ihn zu sagen, was man wissen. Er sei hier, um alles über sich zu lernen, und er könne das aushalten. Seine Angst teilte sich jedoch deutlich mit. Daten ausgewertet. Schwerbiegende Störung. Dein Instabilitätsindex liegt oberhalb Faktor 10. Was ist denn bitte falsch an der Forderung, die Kontrolle zurückgewinnen zu wollen? Ich meine, jetzt werdet ihr sagen, die haben wir nie gehabt, die Kontrolle, aber das ist nicht mein Punkt. Mein Punkt ist, dass ich mir nicht mehr sicher bin, dass sie überhaupt noch irgendjemand hat, diese Kontrolle. Bitte verzeih mir, dass ich so neugierig bin. Aber ich habe angefangen, mich zu fragen, ob du vielleicht ein paar Zweifel über unsere Mission hier hast. Ich habe angefangen, mich zu fragen, ob du vielleicht ein paar Zweifel über unsere Mission hier hast.